Neben der Präsentationsfläche und dem Whiteboard bietet BigBlueButton die Möglichkeit, Bildschirminhalte eines Computers mit den anderen TeilnehmerInnen zu teilen. So kannst du die Inhalte fast aller Programme deines Computers für andere TeilnehmerInnen der Konferenz sichtbar machen. Dieser Mechanismus funktioniert wie ein Fenster, durch das die anderen TeilnehmerInnen auf deinen Bildschirm schauen können. Eine Interaktion der TeilnehmerInnen mit dem Programm und den Daten, die in diesem Fenster gezeigt werden, ist nicht möglich. Aktuell am besten funktioniert das Teilen des Bildschirms, wenn für BigBlueButton der aktuelle Chrome-Browser genutzt wird. Die Bildschirmfreigabe funktioniert aktuell nicht mit Tablets. Du kannst mit einem Tablet an einer BigBlueButton-Videokonferenz teilnehmen, allerdings nicht die Funktion Bildschirm teilen nutzen. Da zum Teilen von Inhalten ein zuteilendes Programmfenster oder Browser-Tab ausgewählt werden muss, ist es zunächst sinnvoll, das zuteilende Programm oder den Browser-Tab zu öffnen. Ich will in meiner Videokonferenz ein Padlet zeigen und öffne dafür ein Browser-Fenster. Außerdem möchte ich eine Präsentation zeigen, die ich mit Keynote erstellt habe und öffne die entsprechende Datei. Im nächsten Schritt werden wir den TeilnehmerInnen der Konferenz einen Blick auf die Inhalte ermöglichen. Du benötigst dafür Präsentationsrechte und siehst dann in der Steuerleiste rechts ein zusätzliches Symbol, um die Bildschirmfreigabe zu aktivieren. Klicke auf Bildschirm freigeben, um Inhalte deines Computers zu teilen. Keine Sorge, mit diesem Schritt wird noch kein Inhalt für die Zuschauer freigegeben. Was sichtbar gemacht werden soll, wird im nächsten Schritt festgelegt. Wenn du im Browser deines Computers noch nie auf diesem Server deinen Bildschirm geteilt hast, musst du zunächst eine Sicherheitsabfrage deines Browsers beantworten. Setze ein Kreuz bei Entscheidung merken, wenn du diese Abfrage nicht wiederholt beantworten willst. Im nächsten Schritt zeigt dein Browser die Auswahl teilbarer Bildschirminhalte. Das Beispiel im Chrome-Browser zeigt, welche Möglichkeiten du hast. Gesamter Bildschirm bedeutet, dass die TeilnehmerInnen alles auf deinem Bildschirm sehen können. Überlege, ob du das willst. Es wird dann jede erscheinende Mitteilung und alles im Hintergrund für andere sichtbar. Anwendungsfenster und Browser-Tab sind weitaus sicherer. Denn hier wird nur der Inhalt des ausgewählten Programmfensters oder Browser-Tabs für andere sichtbar freigegeben. Ich klicke auf Anwendungsfenster. Du siehst eine Auswahl der verfügbaren Programmfenster. Also Programme, die gerade laufen und ein sichtbares Fenster haben. Diese Liste der Programmfenster ist nur für dich sichtbar. Erst wenn du im nächsten Schritt auf Teilen klickst, wird der Inhalt des gewählten Fensters für die anderen TeilnehmerInnen sichtbar werden. Ich wähle hier Keynote aus der Liste aus, weil ich meine Präsentation zeigen möchte und klicke auf Teilen. Jetzt kann ich durch meine Präsentation führen und die TeilnehmerInnen sehen meinen Bildschirm in ihrem Präsentationsbereich. Für mich bleibt das freigegebene Programmfenster, in diesem Fall meine Kino-Präsentation im Vordergrund. Zusätzlich wird ein Dialogfeld eingeblendet, das mich an die Freigabe erinnert und einen Knopf zur Beendigung anbietet. Du siehst jetzt nur noch deine Präsentation. Das ist am Anfang ein komisches Gefühl. Kontakt zu den TeilnehmerInnen bekommst du, wenn diese sich über ihr Mikro zu Wort melden. Ich beende jetzt die Freigabe und komme automatisch zurück in die Videokonferenz. Als nächstes teile ich meinen Bildschirm und gebe den Tab mit meinem Padlet frei. Ich bin sofort im Tab mit meinem Padlet und die TeilnehmerInnen sehen meinen Bildschirminhalt in ihrem Präsentationsbereich. Zum Beenden der Bildschirmfreigabe klicke ich hier. Diesmal bin ich nicht direkt wieder an meiner Videokonferenz, sondern muss erst den Tab mit der Videokonferenz wählen. Im nächsten Tutorial erkläre ich, wie du den TeilnehmerInnen ein Video zeigen kannst. Natürlich könntest du das auch über die gezeigte Bildschirmfreigabe lösen, dann hören die TeilnehmerInnen allerdings kein Ton. Wie du das Problem lösen kannst, erfährst du im Tutorial externe Videos in BigBlueButton teilen. Bis dann!